Das erste Mal gefilmt mit dem speziellen Fotomodus von der GHL-Leuchte. Leider hat das zur Folge, dass es ziemlich dunkel geworden ist, aber es fliegert nicht. Also, ja, es sieht schon deutlich besser aus, als es schon mal ausgesehen hat. In den Nahaufnahmen werdet ihr sicher gleich ganz viele Algen sehen. Insbesondere halt diese schwarzen Bartalgen. Naja, die Nerven halt. Aber mit denen habe ich irgendwie auch gerechnet, das passt schon. Den Boden habe ich jetzt, naja, muss ich gestehen. Focus your fuck. Hier nicht. Hier mein kleiner Apistogramma Agassi. Okay, ich kann nicht reinzoomen, sorry. Auf dem Boden ist halt so brauner Schleim, Algenbelag, sehr photoaktiv und sehr hässlich. Zum Glück keine Blaualgen oder sowas, obwohl es ziemlich ähnlich sieht, finde ich. Na ja, also, dieses lange Kraut da hinten, das reflektiert wie Sau, das lange Kraut da hinten habe ich mal weggemacht. Das stand sozusagen rechts und links. Da ist jetzt nur noch dieser, äh, Krypto, Chorion, irgendwas. Keine Ahnung, steht in der Beschreibung hier. Hier, das ist dieser interessante Wasserhygrophilie. Ich finde die, ähm, echt cool, ähm, die hier kriegt wahrscheinlich nicht genug Licht, die, die mickert so vor sich hin. Aber, der habe ich auch leider die Wurzeln nicht geknipst, also die hatte keinen guten Start. Äh, ja, und hier ist noch eine, der muss ich mal ein bisschen Licht verschaffen. Ähm, hier ist in dem Eck, also ziemlich alles drin, was, was ich habe, ähm, mal sehen, was überlebt. Es ist leider nicht sehr viel Licht in der Ecke. Ja, ansonsten, ja, hier eben noch mal das Männchen. Äh, es tut mir leid für den Zoom, die Kamera ist ziemlich scheiße. Äh, schwarze Neons und, das sind 25 von denen, glaube ich. Und 35 Funken Sonder. Und diese Prachtalgenfresser, ich sehe gerade keinen. Ah, doch, da schwimmt einer. Ich habe die Empfehlung im Zugeschäft bekommen, dass ich davon vier Stück kaufen soll. Weil ich kannte die vorher nicht. Und, äh, gut, vier ist besser als eins, was Algenfressen angeht. Aber die sind untereinander ziemlich aggressiv. Und werden wohl noch aggressiver, wenn sie älter werden. Das heißt, die werde ich wohl langfristig abgeben müssen. Im Teil davon zumindest. Sie kabbeln ab und zu schon. Ne? 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 Das meine ich. Wenn sie sich zufälligerweise über den Weg schwimmen, dann müssen sie erst mal kabbeln und dann lassen sie wieder voneinander ab. Keine Ahnung, ob das zu viel Stress ist für die. Naja. Oh, oh, oh. Das ist jetzt natürlich gerade interessantes Timing. Ich höre gerade, dass das Magelbventil angesprungen ist. Das war jetzt gar nicht geplant. Aber hier sieht man, dass gerade das Osmosewasser nachläuft. Das macht, ähm, ich musste leider auf zweimal pro Tag umstellen. Weil einfach nicht genug, ähm, in dieser Puppenkammer ist, um die Verdunstung auszugleichen. Ja, das sieht hier drin gerade etwas unordentlich aus. Hatte gar nicht vor, das hier zu filmen. Ich werde aber jetzt nicht warten, bis das alles voll ist. Das dauert nämlich eine Weile. Der Bitte ist wahrscheinlich so ein Liter wahrscheinlich nach. Na, vielleicht eher ein halb. Ach ja, aber ein bisschen mehr zur Technik hier. Ähm. Die Dosierbehälter, das sind... Ah, verdammte Kamera. Die Dosierbehälter sind, ähm, Fahrradtrinkflaschen, die ich billig gefunden habe. Ähm, ja, Silikonschläiche und dann hier in die... Ach ja. Also das hier sind die, ähm, die Filter... Filtersocken heißen sie. Ähm, und man sieht hier, naja, man sieht es wahrscheinlich nicht, aber der hintere ist schon relativ zugeschmordert. Ähm, zu geschmordert. Deswegen läuft es gerade ziemlich viel in den zweiten rein. Den werde ich also demnächst wieder ausspülen müssen. Ist gar nicht so viel Arbeit. Ähm, die gibt es in einlagigen Nylon und in, ähm, in so einem Filzstoff. Die Filzteile sind völlig unbrauchbar. Zumindest mit der Algenlast, die ich gerade habe. Aber diese einlagigen Eimer in der Dusche abgespült und dann sind die wieder wie frisch. Halten sich ja nicht ewig. Ah, oh, es wird gerade dosiert. Hier passiert was um die Zeit. Das war echt alles nicht geplant. Ähm, das ist jetzt der... ...spezial N-Litratdinger. Das sieht jetzt aus, als wäre das total viel, aber das ist... ...das ist eine sehr langsame Pumpe. Außerdem habe ich gerade das Gefühl, dass sie Luft ansaugt. Da muss ich nachher nochmal gucken. Ja, das war es eigentlich. Technik wollte ich euch heute gar nicht zeigen. Ähm... Ach, verdammt. Ja. Ah, endlich scharf. Das Weibchen von dem habe ich heute während der Aufnahme jetzt nicht gesehen, aber... ...ihr kennt das. Die sehen nach nichts aus. Jo, das war's. Ach ja, hier vielleicht doch noch ein bisschen Technik. Technik schau. Die... Aquamedic-Pumpe. Ganz zufrieden mit der. Die läuft auf einer sehr geringen Leistung. Hat so ein bisschen einen Welleneffekt obendrauf, aber ähm... ...itsstet wirklich nicht so, dass es hier drin rumschwappt oder die Fische irgendwie nervt. Das ist einfach noch ein bisschen natürlicher, finde ich. Wenn der Strömung nicht immer genau die gleiche ist. Ach ja, und hier... ...der Tunse Scheibenmagnet. Ich finde Scheibenmagnete ehrlich gesagt ziemlich scheiße. Ich benutze lieber hier so einen... ...so einen Kratzer. Aber bei... ...der 50 cm Glaslänge, muss ich sagen, ist der Winkelarm von dem Kratzer dann am Ende ziemlich schwach. Und das Ding funktioniert verdammt gut. Und das Ding funktioniert.